Was sind Premier League-Wetten? Deine Mannschaft spielt in der englischen Top-Liga und tritt heute gegen den Feind an. Was gibt es Schöneres zum Samstag Nachmittag als bei einem genüsslichen Bier mit deinem Fußballfreund sich das Spiel anzusehen. Warum auf die Premier League-Wetten? Die höchste englische Liga ist darauf ausgerichtet. Mit wenig Ballkontakt durch Angriff zum gegnerischen Tor zu gelangen. Das führt meist zu einer toreichen Partie. Diese Liga gilt mit als reichste der Welt. Dadurch werden Top-Stars von anderen Top-Vereinen eingekauft und spielen ganz vorn mit. Je nach Wettanbieter kann der Auszahlungsschlüssel bei bis zu 96% liegen. Welche Arten von Premier League-Wetten gibt es? In der Premier League kann in unterschiedlichen Formen und Varianten gewettet werden. Was sind die besten Wettanbieter in der Premier League? Für Wettanbieter sind gerade die Premier League-Wetten wohl eine der wichtigsten am Markt. Es werden bis zu 200 Wettmöglichkeiten pro Wettanbieter angeboten. Wie funktionieren Premier League-Wetten? Um an gute Premier League-Quoten zu kommen, musst du erst einmal deine Wette platzieren. Dafür brauchst du erst einmal ein Konto bei einem beliebigen Buchmacher deiner Wahl. Die Kontoeröffnung dauert nur wenige Sekunden und schon kann es losgehen. Fülle es zunächst mit dem gewünschten Budget auf. Welche Strategien gibt es für Wetten auf die englische Fußballliga? Zu jeder Wettabgabe gehört die richtige Strategie. Das System sollte im Voraus gut geplant und bedacht sein. Wenn du die beste Lösung für dich gefunden hast, steht dir nichts mehr im Weg langfristige und dauerhafte Wettgewinne zu erzielen. Auf was musst du bei Premier League-Wetten achten? Bei der Premier League kann jeder jeden schlagen. So sind alle Mannschaften in der Lage sich aufs Treppchen zu spielen. Ersichtlich ist, dass in den letzten Jahren die Top 4 immer in unterschiedlicher Reihenfolge endeten. Das Gute an der englischen Liga ist, es gibt sechs Top-Clubs auf der Insel und somit fast an jedem Spieltag ein Spitzenspiel. Kann man auf die Premier League-Wetten ohne Einzahlung? No-Deposit-Bonus sind nicht ganz einfach im Fußball zu finden. Das Problem ist einen Buchmacher zu finden, der dir ein attraktives Wettangebot bietet und gleichzeitig ein Bonus ohne Einzahlung zur Verfügung stellt. Das gibt es selten, aber diese Lücke schließt sich. Viele Wettanbieter haben die Lücke erkannt und haben das Angebot der Wetteinsätze ohne Einzahlung in den Markt gerollt. Was sind die besten Apps für Premier League-Wetten? Deine Tipps kannst du bei den verschiedenen Wettanbietern per App abgeben. Heutzutage werden die Möglichkeiten in jeder Hinsicht geboten. Per Android oder iOS. Ob iPhone, iPad, Phone oder mobile Website. Es ist alles möglich. Die Buchmacher haben sich der heutigen Zeit angepasst und verfügen über sämtliche Formen den Erfolg zu verwirklichen. Was ist die Premier League? Niemandem ist der Begriff Fußball ein Fremdwort. Eines der populärsten, rasantesten und beeindruckendsten Sportarten auf der ganzen Welt. Die Premier League ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Ligen in der Geschichte und prägt England seit 1992. Was gehört zur Premier League? In der höchsten Spielklasse im englischen Fußball haben 20 Teams die Möglichkeit, sich den Titel als Champion in 38 Spieltagen zu holen. Es gibt jeweils immer eine Hin- und eine Rückrunde. Die Teams der englischen Liga ziehen immer von Mai bis August durch. Ohne Winterpause. Wer sind die besten Torschützen in der Premier League? Die Top Ten der englischen Torschützen 2017-2018. Was macht die Premier League so erfolgreich? Es hat leider 2018 nicht ganz für ein Treppchen Platz bei der WM gereicht. Aber bei der Vermarktung ihrer Liga sind sie definitiv auf Platz 1. Egal ob du in Chile, auf Hawaii oder in Indien bist. Auf der ganzen Welt werden dir Menschen begegnen, die ein Trikot ihres englischen Vereins tragen. Die Beliebtheit der Premier League übertrumpft alle anderen Ligen der Welt.